Freunde, ich nehme das Intro im Nachhinein auf, denn es ist etwas zu krasses passiert. Und zwar bin ich zusammen mit Snoopy und Timmy zu Ente gegangen und wollten ihn dazu bringen, ein Höllenkrieger zu werden. Dabei haben wir ein bisschen sein Haus abgefackelt. Ich nutze hier gerade auch die Sicht von Ente, weil ich persönlich habe da noch nicht aufgenommen. Aber als Reini gesagt hat, er hat die Lösung zu Miras Rätsel in meinem Buch... Wenn ihr so hier ankommt, guck mal, ich hab euch die Skins gemacht, ich kenn die Lösung von Kiros Rätsel, aber ihr kommt wieder an und macht nur Stress. Ich hab gar nichts gemacht. Hab ich auch angefangen aufzunehmen. Aber was, Reini, 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 du kennst die Lösung meines Rätsels? Natürlich kenn ich die Lösung meines Rätsels. Bro, Jungs, 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 egal, ich hör nicht auf den, wir werden später zum Tempel mal selber gehen. Meinst du? Der labert eh bloß, Bro. Wenn du meinst, der kriegt die Lösung, das wär schon interessant, schließlich, ich hab da auch die Skins gegeben. Zu dritt bringt euch das nix. Hä? Wir holen doch Ralf-Einsteinchen her, das ist kein Thema, Bro. Ich weiß es, ich weiß es, du musst zu zweit sein. Zu zweit musst du hingehen, Bro. Ja, aber ich seh noch eine Instruktion hier vor mir bei den Höllenkriegern, das wird sowieso bei uns nicht funktionieren. Äh, was laberst du eigentlich? Hast du ein bisschen Lidschatten an deinen Augen, oder was ist da los mit deiner Brille? Bro, ich glaub, du verguckst dich. Erstmal hier der Ente-Fake, auf mich gestellt. Hast du geweint, oder was? Oder warum hast du so Schminke im Gesicht? Bro, Lidschatten ist voller Tränen, ey. Du hast Schminke im Gesicht. Hä? Seine Schminke ist verlaufen. Also ich glaub, die sind nicht nur drin, sondern auch ein bisschen... Also ich weiß nicht, wie eine Brille? Bro, seid ihr die Lidschattenkrieger, oder was? Ja, ja, ja. Bro, ihr habt mehr Schminke drauf als er, Digger. Ich hab einen neuen Namen für euch, Lidschattenkrieger, Bro. Wo war jetzt eigentlich nochmal der geheime Raum? Dass wir auch cool tun und einfach Kontaktlinsen reinmachen, damit unsere Augen schwarz sind, damit's cool aussieht. Die denken, wir sind Batman auf Büschbestätten. Digga, das ist so crazy, Bro. Habt ihr jetzt gerade so wenig Freunde, oder wollt ihr sie mit uns abkriegen? Nein, ich finde es nur lustig, dass ihr schon Halloween vorgezogen habt. Das ist crazy. Ey, ich hör bloß Toilettengelaber noch von dem. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das auch ein bisschen zu schweigen geworden oder so? Ich würde auf jeden Fall nicht eure Kosmetikerin haben. Die sieht ja... Was macht die denn mit euch gemacht, Bro? Ja, ist so. Und was ist eigentlich mit dir los, Ente? Du verziehst dich hier zu den Schattenlosern. Ich glaub, du hast dich für die Seite entschieden, wenn du dich hier verkriechst, Alter. Hallo, Ente auf Wischbestätten. Ja, Bro, du bist immer noch zu dämlich zu merken, dass ich ein Huhn bin, oder was? Ente auf Wischbestätten. Ist so Zeit, dass du losgehst. Ja, ja, klar. Warte mal, warte mal, Jungs, Jungs, Jungs. Ich weiß, wie gesagt, wo der ein geheimer Besprechungsraum ist. Wir machen den jetzt kaputt, komm. Ja, okay, komm. Komm, komm, warte mal, der war hier irgendwo oder so. Warte mal, warte mal, hier irgendwo, irgendwo hier war so ein Wasserteig, weißt du? Aha. Irgendwo. Ich hab mit Ente noch was vor. Der hat einfach mein Schweinchen angegriffen. Ich weiß, ich weiß, Bro, der wird sein Fett abkriegen, so. Ah. Oh, ich weiß grad nicht, irgendwo ganz weit weg versteckt war das hier und da war so ein geheimer Raum. Oh. Ich hab mich grad nicht ganz genau dran erinnern. Warte mal. Wo war das, wo war das, wo war das? Ah, hier, hier. Hier, Bro. Hier, hier war das, hier drin und dann ist hier irgendwo, irgendwo hier war dann ein Bereich, wo man, wo man dann durchkrabbeln konnte. Ich glaub sogar hier war das irgendwo. Ja, warte, warte. Ich find's grad nicht mehr ganz. Oh, Ente soll auf jeden Fall noch die Rache dafür bekommen. Man greift einfach mein Schweinchen an. Bro, normal. Warte, ich glaub hier sogar. Hier. Ja, ja. Ja, ja. Hier glaub ich. Nein, hä? Das ist ein Block, wo Abstand ist, Bro. Hä? Was ist hier? Gehst du? Ey. Ist es da? Ich weiß nicht. Äh. Nein. Bro, wir werden es, wir werden es schon finden, Bro. Das ist kein Thema. Wir finden es schon. Wir finden es schon, Bro. Das ist, ich weiß nämlich, dass es genau hier ist. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Äh. Ja, warte, warte. Ich erinnere mich gerade hier, dass wir durch so eine Blubberblasenstrahl hier geschwommen sind. Also ich glaub hier hinten vielleicht sogar. Ich krieg keine Luft mehr. Ja, Bro, hier, guck mal. Hier sieht es total bebaut aus. Bitte, ich krieg keine Luft. Bitte. Ja, Bro, komm mit. Irgendwo muss es sein. Hast du es? Nein, warte, aber hier ist so viel Cobblestone. Ah, ah, hier ist eine Seelaterne. Warte, wir sind ganz nah. Wir sind ganz nah. Ich krieg keine Luft, bitte. Bro, geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Hier, hier, hier. Hier, komm nach oben. Komm, Bro, komm, 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 komm. Schnell komm, wo bist du? Ja, komm hierher, komm hier. Wo bist du? Äh? Ich bin hier durch die Spalt, Bro. Ich glaub sogar, dass es hier war. Ja, ich hab den Eingang. Ich hab den Eingang, Bro. Ja? Ja, guck. Ja, komm, hier rein, 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 rein. Oh, oh, oh. Ey. Was ist da? Wow. Wow. Bro, Bro, Bro. Ich nehm so ein Lava-Alber-Alber raus. Bro, die haben hier einfach einen geheimen Raum. Ja. Lass den mal einnehmen. Ich sag dir ehrlich. Warte, warte, warte. Äh, hast du ein Schild oder so? Warte, ich hab vier Schilder. Äh, nee, ich hab keinen Schild. Ich, ich, ich hab keinen Schild. Ich tu jetzt hier auf das, auf den Dings. Äh, Höllen, Krieger, Eigentum. Und jetzt platzieren wir, wir platzieren jetzt ein paar TNT, aber wir sprengen nicht, okay? Wir sind nämlich nicht ehrenlos. Ja, wir sprengen nicht. Bro, diesmal, du sprengst wirklich nicht. Wir, wir platzieren bloß. Ja. Ja. Ey, Bro, du musst aufpassen wegen der Lava. Wenn du das dann hier platzieren soll. Ja, chill, chill. Tut's eh nicht. So. Okay, okay, okay. Reicht das? Ich glaub, das reicht. Ja, ich glaub, das reicht. Warte, 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 warte. Und jetzt sagen wir den gleich, guckt mal in euren dämlichen Geheimraum. Hahaha. Bro, ich weiß gar nicht, wo hat der hier einen Knopf, dass das eigentlich auf und zu geht? Das check ich gar nicht. Oh, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Vielleicht platziert er immer einen Knopf, weißt du? Das kann sein. Egal, mir egal, Bro. Man kann einfach kaputt machen. Fertig, ausendlich. Mach mal Shade an, warte. Boah. Okay, sind die noch da? Lass mal gucken. Ey, Jungs! Ey! Jungs! Guckt mal in euren geheimen Besprechungsraum, da hab ich euch was hingestellt. Das ist jetzt richtig gut aus. Ey, ich sag jetzt ehrlich, eure ganze Base ist weg. Nein, Bro, guckt doch einfach. Wir haben euch ein Geschenk hinterlassen. Ich guck mal, ich guck mal. Wir wissen ja mehr Bescheid als die Fanboys unter den anderen Videos, Alter. Krass. Bro, Reini hat's geleakt. Okay, okay, wo ist Timmy, wo ist Timmy? Ente! Ente! Ente, gib jetzt endlich den Helm! Ente! Ente, gib jetzt endlich den Helm! Ente, gib jetzt deinen dämlichen Helm her! Warte mal! Kiro, jetzt geh weg hier! Oha! Oha! Nach Ansagen! Ey, Snoopy, so viel lässt du so mit deinem Schweinchen reden. Greif ihn an! Entschuldigung! Entschuldigung! Schweinchen! Greif ihn an! Schweinchen! Zeig mal, was du drauf hast, Jungs! Angriff, Schweinchen! Ja, 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 ja! Der macht die One-Hit! Der macht die One-Hit! Safe, stay safe! Der macht die One-Hit! Die haben einfach nach zwei Sekunden vergessen, wie man den Raum aufmacht. Die mussten den auf... Hä? Äh? Was gibt's du? Ich war nicht von dabei, Alter! Bro, da ist kein Knopf oder so. Ich hab's halt einfach aufgebaut. Hä? Der Geist, zieht euch mal zurück jetzt! Bro, wie soll es denn aufgehen? Da ist doch gar kein Knopf. Nein, 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 ey, wir müssen uns zurückziehen. Die wollen eine Hundebesprechung machen. Die wollen eine Weltbesprechung machen, Leute. Ja, okay, wir müssen... Jungs, 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 wir gehen zum Tempel. Wir müssen Eifersteinchen online holen. Die Lösung des Rätsels ist... Was denn? Was ist die Lösung? Ja, bla, 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 weißt du was? Ich hab schon die Lösung. Ich hab nämlich eine Theorie. Ich hab einen Kommentar bekommen. Willst du hören? Ja, erzähl. Und zwar brauchen wir vier Höllenkrieger und wir müssen alle vier in eine dieser Himmelsrichtungen gehen. Das ist Blödsinn, Alter. Der hat Schwachsinn geschrien. Das stimmt doch gar nicht. Nein, Bro, lass doch einfach probieren. Das ist nur eine Theorie. Ich könnte dir jetzt einen Tipp geben. Ja, gib einen Tipp, komm. Und ich sag dir ehrlich, anscheinend deine Community ist nicht ganz so blöd wie du. So, muss ich ehrlich sagen. Ach so, Bro, wir haben... Aber eine Sache fehlt da noch. Eine Sache hast du noch vergessen. Ja, was... Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ob vier Leute richtig sind, sag ich dir. Ach so, ja. Bro, aber weißt du was? Du hast dich grad auch selber gefrontet, weil du warst der Einzige, der mit mir mitgerätselt hat. Bist du eigentlich dumm? Boah, er hat nicht rausgenommen, Junge. Ich hab's genommen, Junge. Ich hab's genommen, Junge. Ja, du laberst. Bro, du kannst doch labern. Ja, ich hab auch die Lösung für deinen Durchfall oder so. Keine Ahnung, Alter, jetzt. Boah, hat sich doch... Hey, wer weiß nur meinen Durchfall? Digga, das sieht man halt an deiner Nasenspitze. Du wischt immer mit deiner Nase ab. Ich hab keinen Krieger ausgeschissen. Was laberst du fein? Ich kack, Digga. Das macht gar keinen Sinn. Digga, 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 Digga. Ja, okay, ja, ja. Ihr müsst Reinies Popo abwischen, ich weiß. Okay, wir gehen. Hey, einmal zu unserer Netterfestzung, Tibi. Komm, 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 zu unserer Netterfestzung. Let's go, let's go, let's go. Freunde, wir brauchen jetzt noch unbedingt Alphasteinchen. Wir brauchen unbedingt noch Alphasteinchen jetzt. Kannst du den irgendwie schreiben, dass der online kommt? Ja, ich versuche es. Meinst du, der kommt direkt? Mach dir da für'n Blödsinn da unten. Bro, ich hab grad so gesagt, der soll Alphasteinchen rankriegen. Wir gehen jetzt schon mal zu unserer Festung. Let's go, Alter. Was machen wir da? Ja, komm mit, komm mit. Ich weiß, du hast den Tempel doch, glaub ich, noch gar nicht gesehen. Doch. Einmal, glaub ich. Wann? Wann? Nein. Du warst ja noch gar nicht live an dem Tag. Ja, muss ich auch nicht. Los, 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 los. Freunde, es wird spannend. Ich will jetzt endlich das Rätsel gelöst haben. Das kann so nicht weitergehen. So, wir gehen hier hin, Alter. So, jetzt warte ich noch kurz auf Timmy und auf Snoopy. Da ist schon wieder ein Gas in unserer Festung. Aber Freunde, das könnte halt wirklich die Lösung sein. Hallo? Das könnte sowas von die Lösung sein. Warte mal. Bro, das ist die Lösung hier. Irgendwer hat uns verfolgt. Nein. Nein. Alphasteinchen. Wer ist da? Ey, Steinschen. Wie schnell bist du denn jetzt da? Ey, krass. Ja, Schweinchen und Alphasteinchen. Boah. Geschwister. Jetzt geht's mit deinem Kuchen. Ja, komm. Komm. Oh. Bro, Digga, ich hasse diese Löcher hier überall. Wo geht's denn jetzt lang? Kommt hoch. Kommt hoch. Wie hoch? Hier gibt's ein Loch. Da können wir durch die Netherdecke fliegen. Ich fliege jetzt hoch, Leute. Tschüss. Wir können durch die Netherdecke, Bro. Das ist crazy. Wo denn? Ja, komm hoch zu mir. Wo bist du? Hier. Mach deine Augen auf. Komm. Genau. Hier. Ja, hier und hier können wir hochfliegen. Genau hier. Komm mal. Und wir sind oben. Ey, was ist das hier? Das ist der Tempel. Hilfe. Ja, komm. Bro, was tust du? Ja, warte. Er ist auf. Bro, was machst du? Bro. Aua. Ja, du hast es fast. Ja, let's go. Oha. Was sagst du denn hier, Alter? So. Das ist der Tempel mit allen Himmelsrichtungen. Siehst du das? Süden, Westen, Norden und Osten. Alles ist verknüpft miteinander, Bro. Okay, go, bitte. Richtig. Go, go, bitte. Was denn? Was ist los? Das sind die Edelstalle und Edelmetalle und so. Ist du da? Ey, nichts abwohnen. Ey, ey, ey. Doch, ehrlich gesagt. Ihr müsst Miras Tempel respektieren. Miras Tempel. Uhe, als ob sie das sind, Viren, oder was? Miras Tempel. Miras Tempel, oder was? Miras, 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 pus? Miras Tempel-Sami hat das Schweinchen gegeben. Das ist mir zu viel Algen grützige Sorge, oder? Bro, bist du blind auf beiden Augen? Guck doch hier, Schweinchen. Das glaubst du, wo der herkommt. Ja, Schweinchen, ich weiß, der ist einfach aus dem Untergrund aufgetaucht. Genau. Bro, wer ist denn Miras Tempel-S Zusätze? hast du zu viel lava getrunken du wirst bei klar kotzen oder so die theorie die theorie vom kommentar besagt dass wir dass jeder von uns in eine himmelsrichtung laufen muss ich den süden steinchen schweinchen die dna was brauchst du hier für sachen okay okay dann nämlich osten dann nämlich osten müssen das alle gleichzeitig machen doch ein wir müssen das zusammen schaffen sonst wird das rätsel nie gelöst werden weil wir ich habe schon so viel ausprobiert mit diesem rätsel und dass das ist eine sache das ist eine sache wirklich da bin ich selber nicht drauf gekommen hat das funktionieren was machst du was machst du hast du mich an ist Timmy ist hier! Der hörst du auf jetzt! Junge, was bist du da? Hey, was willst du? Könnt ihr euch jetzt wieder einkriegen, Alter? Timmy, Junge! Du bist es! Timmy! Hey, steil dich hier drauf jetzt! Timmy! Jungs, ich bin gleich tot! Auf! Timmy! Ich geh' dich jetzt, Timmy! Ich bin Kiro, du Trottel! Ach so! Timmy! Junge, was ist das scheiß Problem? Ja, was ist denn mit euch? Jetzt kickt euch doch endlich ein! Ey, ich sagte ehrlich, boah, der ist los, ich sagte ehrlich. Warte mal, du bist es, Timmy! Du bist es, Timmy! Kriegen wir es jetzt hin, oder nicht? Ja, mach dir die ganze Zeit nur Faxen, ey! Jungs, jeder von euch entscheidet sich jetzt für eine Himmelsrichtung. Ja, ich bin Süden! Dann laufen wir gleichzeitig dorthin. Ich nehm Westen! Okay, wer ist im Süden, wer ist Westen? Ich bin Norden! Steinchen, geh du zum Norden, oder so! Aber ich will mein Schwimbleibchen! Ey, ich geh' zum Norden, alles Gute, ich geh' zum Norden! Ja, okay, bleib' du bei Westen! Der wollte mich eigentlich gerade komplett verarschen! Das ist das Portalabbau, ey! Das ist das Portalabbau, ey! Da kommt der nicht mehr raus! Komm, komm, komm! Warte! Was geht hier gerade ab, Freunde? Ich hab' keine... Was ist mit euch nicht richtig? Wieso kann man das nicht abbauen? Mein Schweinchen war da... Warte, das Ding! Ja, nein, Bro! Ey, das ist laut! Hallo, hallo! Jetzt geht doch mal alle in eine Richtung! Schweinchen! Schweinchen! Okay, du bleibst Norden! Nein! Ja, Norden, Norden, Norden! Jetzt, bau ab, bau ab, bau ab! Bau ab! Ja, bau ab! Digga! Let's go! Let's go! Der kommt nie wieder zurück! Der wird nie wieder zurück! Ey, jetzt mach doch das... Mach das Obsidian wieder hin, Digga! Ne, doch, er kommt zurück! Ich glaube, er ist das Ding bei dir, diese Kuppel da! Ah, keine Ahnung, wo der jetzt schon wieder rauskommen wird! Ey, Leute! Wo bist du... Hä? Leute! Leute! Wo bist du jetzt hergekommen? Oh, dein Schweinchen ist bei dir, Digga! Bro, jetzt reißt es nicht zusammen, reißt euch doch mal alle zusammen jetzt! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, Bro, jetzt? Lass es! Lass es! Lass es! Lass es! Lass es! Digga! Lass es! Äh! Kiro, wo sind wir hier? Ha! Kiro! Was? Wir sind ein bisschen sehr schön! Ja... Lass es mich in Ruhe! Lass es mich in Ruhe! Ja... Das ist crazy! das ist was crazy ist dass ich dachte dass man mit euch zusammen halt hat dass wir hier das einfach mal kurz ausprobieren können es geht hier es geht hier um kräfte jeder profitiert so wie du gehst zum westen jetzt stelle ich bereit sind ja dann gehe süden die gewissen so ok steinchen osten norden süden okay was machst du okay ich gehe norden okay leute drei seid ihr bereit okay wir laufen los 321 und los die laufen nicht hallo warum lauft ihr nicht warum lauft ihr nicht ich habe ganz genau gesehen dass wir so wie kann sich nicht zusammenreißen hat sich ausgelockt ich bin richtig enttäuscht von euch allen alter achte ja was für du auch mal was für du auch mal alter mein gott ja wenn wir gute freunde werden wieso testen wir dann einfach nicht die theorie digga wo es jetzt nur ps wieder online los nein jetzt du nervst du nervst digga du nervst ich mache mit ich mache mit ich mache mit ja dann komm jetzt dann komm jetzt was macht timmy das kriegen wir heute nicht hin kriegen wir jetzt hin oder was ich hab ganz ich hab nichts vergessen ich hab ganz nichts vergessen er hat sich wieder ausgelockt er hat sich wieder ausgelockt er hat sich nicht aufgeräten nein bro ich hab auch hier ich hab auch hier vorher soll sich wieder einladen er hat sich wieder einladen das bringt doch alles nichts jetzt ich mach doch gar nichts auf ihn zu verfolgen jetzt so perfekt zu rennen auf ihn zu verfolgen ich hab nichts zu essen bitte essen okay ich esse nicht mein schwein ich esse nicht mein schwein ey oh warte ich hab noch essen oh hab ich vergessen Freunde 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 was ist das hier weiß ich nicht was wird das was wird das hier eigentlich wenn es fertig ist für eine Clowns ich glaub ich geh jetzt einfach runter ich brauch dich ich brauch alle von euch ja dann packt euch jetzt endlich an so wie du bleibst da Steinchen komm mit komm zum Osten stell dich zum Ostentor ich geh jetzt in den Norden so und jetzt seid ihr bereit 3 2 1 und laufen 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 Freunde ich naja es macht keinen Sinn ich guck nochmal später oder so keine Ahnung wir sind überhaupt nicht viele Höllenkrieger ich denke ich ich denke ich